Hab ich, hab ich, hab ich Jetzt aber Hab Jetzt gerade voll den Fehler gehabt Vorsicht, Fall kommt Lukas Hattest du einen Controller an meinem PC angekommen? Nochmal Keine Ahnung Nochmal Und auch nicht Ich hol den Fuß Ah, schade Hab ich Nochmal hinterher Und auch nicht Sorry, musste ich dich weghout Nö, ich hätt ihn ja auch gehabt Also ist in Ordnung, weg ist weg Weg, 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 weg Ach man Leute Ja Ja Gerade gegen Bunny Fluff Ne, dann spiel mal gegen Bunny Fluff Wie geht's? Ach Scheiße, jetzt ruft die eine Schlampe mich an Knall diese Schlampe Die ganze Nacht Knall die die ganze Nacht Ne, die Scheiße ist, ich will mit meiner Freundin Schluss machen Dann mach's doch Äh, ja, heute hat sie ihre Fahrstilprüfung Deswegen, die ruft mich grad an Um mir zu sagen wie es lief Habt am Tor gesteilt, Alter Ja, dann musst du Dann musst du aber noch schnell Schluss machen So vorsichtig Früher war scheinbar Sonst fährt sich nicht platt Ne, deswegen wollte ich auch noch nicht gestern Schluss machen Hat er recht Hat er recht Du bist einfach nicht dran Du bist einfach nicht dran Du bist einfach nicht dran Ich hab ja so weit verstanden Ich bin nicht mehr da, Volker Aber ich wollte doch mit mir Schluss machen, Alter Was ist das? Ein Rasenmäher? Was hast du damit vor? Ja, ich hab doch meinen Führerschein Hmhm Wollt's nicht Schluss machen Ähm Ähm, jetzt nicht mehr also, jetzt Äh, nur Rasenmäher Was ist das falsch verstanden? Ich, äh Oh Mann Ich hab' Komm, Jepi Ah, krieg ich nicht Ah, Gott, Alter Nöp Nein Hab' ich, hab' ich, hab' ich Oder auch nicht Kannst du mal weniger schreiten oder so? Du hast nie den Ball Was willst du eigentlich? Ich geh' gleich raus Ja geh' doch, dann können wir nicht mit dem anderen spielen Hahaha Das willst du auch nicht Das ist dir Lukas sogar lieber Was? Wirklich? Danke für Aufbau meiner Ja, ja, mit seinem Kick-Move Das ist Kick-Move Was, Alter? Ja, ich bin Pokémon Oh Gott Man nennt ihn im Fachkreis Nein Man nennt ihn im Fachkreis auf Kick-Li, Alter Achso, man nennt ihn auf Kick-Li Achso, man nennt ihn auf Kick-Li Oh, ich krieg' nur eigentlich da nichts dran Was ist das? Ich tue einfach so, als hätt' ich das nicht gehört Oder gesehen Oder sonst was Los, Lukas, Kick-Move Du Kick-Li Such dir deine Eingangspurche Man, ihr seid so dumm, Alter Das tut weh, Mann Das tut weh Wir verkacken, oder? Ja, wir verkacken auch Ja Ja Scheiß Ich hab mittlerweile schon zwei Anrufe Eine Runde spiel ich noch mit euch Danach ruf ich sie mal an Eine Runde, eine Runde spiel sie noch, dann stirbst du oder was? So macht man das mit Bitches Wenn sie anrufen, gehst du nicht ran Ich mach doch nicht am Telefon Schluss Ich schreib doch Ongo mit am Ongo Ich bin doch kein Ich bin So macht man das mit Bitches Man ruft Ne, man wird nicht angerufen Man ruft an Ne, ich würde jetzt auch echt nicht anrufen und Schluss machen Das mach ich nächste Woche persönlich Er geht zu denen so Moin, tschüss Ja, so in etwa Und an der Sprechanlage, Schatz Ich wollte dir nur mal sagen, ich muss Schluss Und an der Sprechanlage von der Haustüre, Alter Wie mies Wenigstens nicht per Telefon Ja, wenigstens ist er noch persönlich zum Haus gelaufen Da kannst du immerhin mal zählen, wie schnell deine Freunde sind Ja, das ähnlichste, was er aus dem Fenster schmeißen sieht, das sind Dings Der Messer, Alter Komplett, der Messerblock kommt mal unten gebrochen, Alter Ja, wenn er dann schnell genug ist an der Sprechanlage, kommt er noch weg Ich bin gerade Der Moment als mindestletzte Mal sah, unter dem Balkon Stellt euch mal vor, der schafft es tatsächlich noch zu entkommen Und man merkt ja wirklich sehr, sehr, sehr viel, ja Und dann geht er in so'n 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 Stell dir mal vor, der hat wirklich 3 Messer Stell dir mal vor, der hat wirklich 3 Messer am Rücken Na So'n 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 Nice! Der war nice, Mongo! Ja, siehste, jetzt konzentriert er sich, weißt du? Und haut mal 200 Rundpunkte raus, Alter! Ja, guck dir die Move an! Ja, ich bin leider nur ein 40-Punkte-Boy. Was soll ich sagen? Du musst rumflamen! Du musst rumflamen! Es steht 4-3, obwohl ich eine kleine im Hinten lag. Raus, raus, raus! Nice! Aber immer noch eins müssen wir mir lassen, er geht persönlich zur Sprechanlage hin. Immerhin, ne? Ja, oh! Es wär... Ach komm, ihr seid doch scheiße! Gehst du auch persönlich an dein Handy ran, also so kann man das dann nicht sehen! Per WhatsApp! Sorry. Kein Ding, alles gut. Ausgleich! Falsch! Alle Mutter! Warte, warte! Hören! Vorsicht, 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 Vorsicht! Sorry, muss ich dich wegkicken. Alles gut. Ich hab noch Schubbeln, weil so ganz leicht gestimmt. Alles gut aus Beine. Oh! Der bleibt immer noch bei 200 Hebenpumpen! Und trotzdem bin ich der Erste, guck dir das an! Und trotzdem bist du letzter, äh, mehr Punkte als du! Jetzt hat's umgeschalten, Alter! Ich meinte, ich bin Erster! Ja! Er ist Erster, Alter! Er ist Erster, hat nicht mehr ein Tor gemacht, Alter! Verkehrte Welt hier, verkehrte Welt! Ja, ich hab dafür eine Rettung unten! Er ist so einer, er ist so einer, weißt du, er hat nicht mal einen Orden, darf aber die Pokémon-Liga! Kein Problem! Nein, ich bin sogar der Champ! Hab ich! Kommt! Scheiße! Scheiße, nice, Alter! Ups! Nein! Warum hast du einen Pink von über 200? Weiß Internet! Doch, komm schon! Das ist nicht dein Internet, das ist der PC! Oh, nice! Das ist so eine Krankheit, die blutzt auch aus! Sorry, den musste ich dir wegnehmen! Hätte ich sonst nicht gemacht! Gute Schock, Spurgenpush einfach! Come on, go! An die Wand, an die Wand, an die Wand! Oder so! Was ich vor gerade war? Nein, er hat ihn noch rausgeholt! Der war auch gar nicht drinnen! Guck mal hin! Ja, er hat kurz vorher noch abgewehrt! Ja, eben! Blup! Ja, Entschuldigung für den Stil! Äh, ich musste nicht reinschuppen! Ich weiß, du hast einen Joghurt hinten im Rucksack, aber... Unterm Hut! Unterm Hut hat er seinen... Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten hat er da drinnen! Wer jetzt so weiter geht bald ein Messer, ne? Ha, 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 ha! Ja, ey, stell dir mal vor, er geht wirklich dahin so im Anzug mit Zylindern! Ha, 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 ha! Wird ein Stück da oben so besser drin? Like it, Sir! Ja! Sieht dann aus, wie so ein Hut von Free Fortress 2! Oh, der war... Jedenfalls so! Ha!